So, ich wollte eigentlich erst tanken gehen, aber wir können erstmal nochmal gucken, ob wir hier vielleicht Nahrung auch noch bekommen, so ein Nahrungsrucksack, das wäre auch ganz nice. Nochmal Benzin, ja, sag ich nicht nein. Ich habe nichts. Okay. Ah, da könnten wir aber Nahrung kriegen. Tschüss Leute, macht lieber die Tore und die Tür zu. Hallo, okay. Alles klar. Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, komm, komm, yes. Also wenn wieder so ein Händler da ist, dann würde ich mal im Lager gucken, was für Luxusgegenstände wir vielleicht noch haben und die da mitnehmen, um die auch gleich einzutauschen. So, wie würden wir denn straßenmäßig jetzt rüberkommen? Gar nicht weiter, ne? Da oben, so einen Umweg nehme ich doch nicht. So, vielleicht finden wir hier noch was Brauchbares. Ich muss das eigentlich mitnehmen. Später für Schrauben ist das bestimmt nicht verkehrt, wenn wir so eine Waffe da noch zerlegen verlegen. Noch so ein Molotow? Hä, wo soll hier noch was sein? Da. Ja, nochmal Ambusbolzen. Wie viele Schrauben bringen die? Verwerten sieben. Achso, pro Bolzen eine. Upsi. Erstmal müssen wir mal wieder unseren Dude austauschen. So, Nahrung nehme ich mit. Waffe, Waffe. Klar, das kriegen wir noch hin. Okay, wen nehmen wir denn? Gemeinschaft. Vielleicht sie. So, wie sieht es hier aus? Munitionstechnisch haben wir... Haben wir noch ein bisschen was? Vielleicht sollte ich jetzt mal einen Begleiter wieder mitnehmen. Zu laut. Ist der Kinder mehr hier oder was? Oh, leck mich doch. Müsst du einer... Müsst du dich. Hey, Stranger. Ich brauche eine Hand. Kannst du dir helfen? Oh Mann. So. Ähm, wo müssen wir hin? Okay. Da. Ist ja gleich um die Ecke hier. Das finde ich ja gut. Das ist Kami Baez. Ich hoffe, du kannst mich hören. Das ist Lilly Ritter mit der Netzwerk. Du solltest wissen, dass wir dich unterstützen und wir helfen in any way wir können. Wenn du einen unserer Gemeinschaft finden kannst, dann wird es ein Safe Refuge geben. Hey! Ist jemand da? Ich brauche Hilfe! Sounds like jemand ist in a bad way. Ich habe Zombies auf Multiple Approaches. Closing in. Hey. Ich habe Red Talon. Ich habe ein Job für dich. Wenn du das kannst. Komm her, hier. Komm her, will du? Okay, was hast du denn? Ich bin in der Stadt, um mich, äh, um mich um Infektionsherde zu kümmern. Würdet ihr mir helfen? Jo. Hey. Lass mir ein Auto in Ruhe da hinten. Ich habe keine Ahnung, wo der andere Container ist. Wo geht es denn hin? Oh, nice. Eins von denen, den wir eh... ...den wir schon gesehen haben. Nehmen wir mal die Abkürzung. Nehmen wir mal die Abkürzung. Wir haben eine Abkürzung. Ich hoffe, dass die Luftwaffe enden Contagiosen rundherum ist. springen doch da richtig ruf nein nicht runter oh Dankeschön. So, Gummis. Bitte nehmen dies als Zeichn der Dankbarkeit der Roten Klaue für deine Unterstützung an. Nicht zu danken, mit den Klauen. Was hast du denn? Nö. So, was haben wir denn da Feindes gekriegt? Na, na, also eine Pistole quasi. Oh, falsches Auto. So, zwei Freaks müssten wir noch mit Fahrzeugen töten. Bei den 125 Nicht-Freaks habe ich keine Ahnung, wie viele wir davon schon geschafft haben. Ich würde jetzt auch mal auf einen Revolver umschalten. solchen Sets. Das müssten ja die Roten wahrscheinlich dann sein. Ach so, wir wollten ja auspacken. Na, da, 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 da. Ich frage mich halt... Warum... singt das andere nicht? So, Revolver, Revolver. Das ist ein Revolver? Dafür brauche ich die Muni. Und ich würde dich dann... wieder weggelassen... um mich halt um die zu kümmern. Ähm, brauchen wir Tank? Erstmal nicht. Und wir müssen geduckt sein. Ich habe schon eine Idee, wo wir es am besten machen können. Und dafür ist das Auto eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut geeignet. Der Motor hört sich schon so ein bisschen komisch an. So, jetzt kommen wir nämlich in einen solchen Gebiet. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen weiter reinfahren. Ah, das ist doch blöd. So, jetzt kommt's. 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 Gibt es doch ja nicht. Ich glaube die Muni wird nicht erreichen die wir jetzt dabei haben. Oh nö, ein Topsüchtiger? Scheiße. Ah wo ist der Freak? Hier dürfte ein Nahrungsmittel sein, dann könnten wir mal kurz... Das war nicht so gut. Gar nichts? Tolle Wurst. Na gut, machen wir erstmal wieder ein Päuschen Spitze bedanke mich. Das war nicht so gut. 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 Das war nicht so gut.